Hallo und herzlich willkommen zu Soccerfasics, einem kleinen Mini-Let's-Play von Miniclip.com und heute mit der Mad Cat Zockt. Sag doch mal hallo. Hallo. Oh, bist du ein bisschen gealtert oder was? Nein. Ich mach mal zwei Player, ne? Übrigens ist EveryAble on the App Store. Ah, kann man das auch unterladen fürs Handy oder was? Ja, sieht so aus. Ist jetzt der Tum richtig eingestellt, mein Gott? Ja, 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 und du musst einmal weh drücken. Ich hab doch schon weh gedrückt. Übrigens, ich werde gewinnen. Oh, das fängt ja schon gut an. Faul. Ja, das stimmt. Ein faules Ei. Ich hab ein Torwart, guck mal. Oh ja, mhm. Nein, nein. Ah, hast du das gesehen? Das war der... Die Hirnquetsche. Du hast den Torwart? Ja, der hebt die Arme. Yay! Oh, fuck, ey. I win. Das ist die neue App für iPhone. I win. No, don't... Don't... Don't shoot and go. Oh, fuck. Slippery. 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 Rein da. Ich hab mein Slippery Slip an. Ich bin dir überlegen. Siehst du? Oh, nein. Nein! Ah, du bist selber ein... Danke für das Tor. Oh, wir sind nackig. Ja, das macht dich an, ne? Das macht mich voll an. Ja. Oh, guck mal. Oh ja, ich möchte mich an dir reiben. Oh, du bist so ein toller Torwart. Oh ja. Komm, spring mit mir. Nein, geh doch nicht weg von mir. Und meiner macht mal wieder einen Kopfstand, ey. Acrobatics? Warum? Weil die nichts anhaben. Wie heißt der von Streetfighter? Gil? Gail, ja. Es ist Gil, stimmt. Geil. 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 Der ist aber ganz schön geil. Ja. Der sieht ein bisschen so aus. Ja, danke für das Tor. Und das ist B.A. Baracus, oder? Geil. Geil, kann überhaupt nichts, ey. Ha, ha. Oh, man. Oh, mein Gott. Wo sind unsere Köpfe schon wieder hin? Ähm, du spielst heute ganz schön kopflos. Mad Caddy. No! In einem Caddy-Lag, Mann. No! Das hättest du... Yeah! Komm, geh mal einen Schritt lang. Einen Schritt. Einen Schritt. Die können nicht laufen. Ja, wär ja schön, wenn es könnten. Aber die können kleine Sprünge machen. Wenn man nur ganz kurz drückt. Hast du gut gemacht. Danke. Ja, ich hab gewonnen. Weißt du, ich war halt so lieb und dachte, ich lass dich mal raus und leise. Rematch. Jetzt hast du auch geflucht. Was? Nein. Du hast gerade das Wort mit F gesagt. Hör auf, hab ich? Nein, ich mach nen Kopfball. Das... Nein. Du machst den Kopfball. Du hast mir die Show gestohlen. Ich... Ich... Ich spiele gerne mit dem Tor. Ich spiele gerne mit dem Tor. Aisha, Aisha. Aisha. Le Cote, Le Cote Moir oder irgendwas. Ja, Tumor. Le Cote. Je t'amour. Le Amour, was? Ein Le Mour? Le Le Mour. Alter. Tak, 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 goal. Mann, das ist Skill meinerseits. Das ist unglaublich. Ja, willst du mal meine Skill? Ja, mein Skill ist unglaublich. Ich brauche keine Taste drücken und ich mache ein Tor. Ich will wirklich gewinnen, Mann. Ich weiß, wie ich so lieb bin. Fick dich. Mann, ich kann das nicht steuern. Das war doch ein Witz, damit du nicht gleich heulst. Ich bring dich gleich zum Heulen, weißt du? Und ich brauche nichts dafür machen, weil du machst die Tore für mich. Jetzt steht er zwischen uns. Der Ball. Eine rührende Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen. Everybody is feeling warm and bright. Ich wollte gerade sagen. Das ist aber gar kein Mond. Eine rührende Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen. Nein. Nein. Und ein Ball. Jetzt im Kino. Yeah, motherfucker. Thank you. Das war mein Einsatz. Hast du diesen Einsatz gesehen? Komm, noch eine Runde. Ich habe es voll drauf, ey. Ich bin voll der Skiller, ne? Kopfball. Nein. Nein. Ach, scheiße. Guck mal hier. Das sieht voll egal aus, was wir hier machen. Hast du das gesehen? Nein. Nein. Ich habe ganz konzentriert. Nein. Mann, spring doch mal ein bisschen früher hier. Ja, das kommt drauf an, wann du drückst. Ich drücke und drücke und drücke und drücke die ganze Nacht. Maddy, steady, go. Maddy, steady, go. Ich drücke die ganze Nacht. Ich habe zwei schwarze Menschen. Weil mich das irgendwie anmacht. Und die kuscheln miteinander. Oh, und die brauchen... Braucht wieder nichts machen. Das gibt es doch nicht. Was ist mit meiner hier... Handball. Kopfball. Ja, 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 ja. Komm, fall. Was? Wo ist der hin? Wo ist mein Torwart hin, verdammt? Ich glaube, der hatte Hämoriden und musste sich schnell was abwischen. Hämoriden geben Frieden. Ihr seid... Oh, skillt. Oh, nichts skillt. Wieder eine Romanze. Eine Dreiecksbeziehung. Eine Tor-Romanze. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt springe, hast du gewonnen. Echt jetzt? Ja, guck. Stimmt. Noch eine Runde. Mann. Doch. Ich verliere die ganze Zeit. Ja, nicht so wie letztes Mal. Die erste Aufnahme hat mir besser gefallen. Da habe ich nämlich mehr gewonnen. Es gibt gar keine letzte Aufnahme. Die existiert nicht. Die hast du gewinnt, du Sau. Ja, wenn der Ton so laut ist. Nooo. Nooo. Mein erstes Tor seit langem. Ich glaube es nicht. Ich muss mir das Tor wahrnehmen. Mondstein. Flieg und Sieg. Ah, Sailor Moon keine Power mehr. Ja, jetzt vorbei. Wenn ich jetzt wieder springe, dann habe ich gleich die Arschkarte gezogen. Nein! Wirf dich auf ihn! Oh, der Torwart hat mal seine Arbeit fast getan. Ja, ja! Nein! Super, super, super! 3-3. Oh! Oh! Ecke! Eckwald! Wo ist der Eckwald? Schiri, das war ein Fowler! Wir machen die ganze Zeit irgendwelche Späßel über Werbung oder TV-Serien oder Filme. Oder Manuel Neuer! Ich bin gar nicht Manuel Neuer. Ich bin irgend so ein Typ auf dem Sofa. Ich bin irgend so ein Typ, der gerade mit einem Strandvolleyball spielt oder was? Ah, das ist gewonnen! Ja, ich habe gewonnen! Ja, ich würde sagen, so lassen wir das auch stehen heute, wa? Was? Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Oh mein Gott. Mad Cat, sag doch mal Tschüss. Tschüss. Ich habe... Du willst jetzt nur Schluss machen hier, weil du gewonnen hast, ne? Ja, weil der Schnitt gut ist für mich, genau. Nee, nicht, weil der Schnitt gut für dich ist, weil du mehr Runden gewonnen hast als ich. Oh! Ja, du kannst mich. Einmal von der Community, wenn es die denn gibt, ein Oh! in die Kommentare. Danke! Reingehauen! So mies, alle. Alle, so mies. Findest du? Ja, so mies. Findest du? Ja, so mies, vor allem du. Oh!